ja ich glaube wir haben es gleich geschafft jetzt müsst ihr nur noch mich heilen hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir in diesem ausschnitt aus dem letzten stream auf twitch bin ich in dem level imperium in flammen 3 unterwegs ich muss zugeben das war bis jetzt die schönste mission die ich gespielt habe in vermentite 2 ich möchte nicht spoilern aber so viel kann ich schon mal sagen es gab einen moment in dieser runde wo es wirklich knapp war schaut es euch einfach an noch einmal kurz werbung in eigener sache wenn du mich im live stream auf twitch verfolgen möchtest dann schau unten in der video beschreibung dort habe ich meinen kanal verlinkt würde mich auf jeden fall sehr freuen wenn du vorbeischaust von mir schon mal ein dankeschön dafür ich wünsche euch viel spaß die ratten haben bestimmt dran geknabbert hey da kann man auch entlang gehen das ist hier ein buch versteckt ach die kämpfen hier schon oh oh das sieht nach einem nach einem starken ritter aus wow das ging aber schnell muss nachladen also die helle bad ist auf jeden fall gut gegen diese großen ritter oh 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 Hallo. Ach scheiße, jetzt kommen die auch noch von hinten. Stirbt. Ja, ne, nicht der schon wieder. Oh mein Gott. Aber ich glaube, die Ratten werden auch eingesaugt. Ah! Rette sich, wer kann. Nein, 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 nein. Schnell, weg hier. Boah. Ach. Ich habe mich gar nicht gesehen. Hallo, Ratte. Hier bin ich. Können wir hier weiter? Oh oh. Wow. Wow, das ging ja wirklich schnell. Koff ab. Ups Schon wieder Kopf ab Also mit der kann man echt gut Die Köpfe abhacken Oh Schon wieder Ja die gehen wirklich schnell Die Typen Da ist aber schon der nächste Fette Soldat Wo komme ich denn zu dem? Jesus Und weg ist er Oh ich muss hier dieses Dings Poisen oder wie die sich hier Das Ding nennen Ich glaube einer ist irgendwie Entführt worden Oder tot Den müssen wir mal eben retten Das Ding ist aber ganz gut jetzt Was war das? Oh fuck Oh fuck, 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 fuck Nein, nein, ich will hier weg Ach du Scheiße Ich muss weg, ich muss hier weg Ja, super Schnell, 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 schnell Komm, rett ihn, Kumpel Ah Ja Geht ganz schön ab Ich glaube, der Kumpel merkt gar nicht, dass Dass der eine verletzt ist Ja, genau Das war ja so klar Scheiße Ich versuche noch den einen zu retten Almost there, mates Fall back I smite your heathen soul Huh Wo ist denn der Typ? Wo komme ich da hin? Muss ich hier hin? Ah, hier kann ich ihn freilassen Ich muss äh, das Fass mitnehmen Oh fuck Oh fuck Komm, mach die mal eben fertig hier Can't lie, I'm not feeling great Gleich explodiert das Ding Ja, ich glaube, wir haben es gleich geschafft Ey, jetzt müsst ihr nur noch mich heilen Heile mich schnell Geil, danke, danke, danke Wow Das war die Rettung Also dieses Fass hat uns Das hat uns das Leben gerettet Ach, hier ist noch einer Okay Gibt's hier irgendwas zu sammeln? Wie viel hält er aus? Mein Gott wie viel hält er aus? Oh ne, ich bin gleich tot Ich muss mal eben schnell meine Heilung zu mir nehmen Dann sieht man sogar die Gedärme Hier wieder irgendjemand So Jetzt sind wir schon mal zu dritt wieder Oh, da war dieser Assassin Mit seinen grünen Krallen Manche stehen einfach so dumm in der Gegend So, sind wir jetzt zu viert wieder Geil Gibt's hier irgendwo ein Buch oder so einzusammeln? Ah, jetzt werde ich noch von hinten attackiert Wo ist er? Achso, der ist schon down So Es scheint eigentlich ganz gut zu laufen bis hierhin Oh oh Müssen wir dorthin? Suche nach Schwarzpulver Okay Ein Würfel habe ich schon mal mitgenommen, das ist gut Falls wir hier überleben Komme ich was schönes Vielleicht Oh Ich glaube die kommen von hinten wieder Ah ne von hier Ach du scheiße Also diese Doppelachstypen Die haben es auch In sich So Haben wir es wieder Komm Tieren Komm Komm Kann man da hoch Ach hier kommen schon wieder welche Oh Schon wieder einer Hallo Oh Oh fuck Ich bin gleich tot Geil Heilung Ich mach mal eben Tür zu Hier ist nichts Muss ich hier hin oder was Was war das denn jetzt hier Oh Oh Jetzt kommen wieder welche Autsch Das sah schmerzhaft aus Kann man hier irgendwas einsammeln Bestimmt Oder Punition Oh man Hier brennt aber einiges Entkomme aus Ussingen Nimm das Ich geh mal eben hier hoch Scheiße Wieder so ein gepanzerter Typ Äh ja Oben müssen wir jetzt lang Ne Hier komme ich nicht durch Immer wieder nach oben Äh Oh, ich will es wieder mit ihm. So, Tür kann man nicht aufmachen. Äh, ja, gehen wir einfach mal weiter. Ja, ich glaube, wir sind gleich am Ende. Ja, geil, wir sind durch. Cool, wir haben es geschafft. Geilomat, geilomat. Das war ja wieder eine schöne Runde. Ich hoffe es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht die Glocke bei YouTube zu aktivieren. oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch Kanal ist unten in der Beschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.